Einer unserer Kremsmüller Dünnschichttrockner wird künftig in Montenegro seinen Dienst verrichten. Wir haben mit Denis Albayrak, einer Umweltingenieurin und Proposal-Managerin der türkischen KUSU-Gruppe gesprochen, unserem Kunden in diesem Projekt. Wir haben mir einige Fragen zu der Zusammenarbeit mit Kremsmüller gestellt. Wir sind der Hauptkontraktiker eines Projekts in Montenegro, Podgarisa Wastwater Treatment Plant Projekts. In diesem Projekt ist der Sludge Insuneration, und der Sludge Insuneration ist auch die Sludge Dreiher. In diesem Projekt werden wir ein Steinfilm Dreiher benutzen. Der Herausforderung war, dass dies nicht die erste Mal, sondern eine sehr komplexe Projekte wie Wastwater Treatment Plant, und der Sludge Dreiher und Sludge Insuneration ist eine komplexe Projekte für unsere Firma. Das ist die erste Mal, die wir in der internationalen Ebene haben. Natürlich gibt es noch andere Herausforderungen. Wir haben nicht mit Kremsmüller gearbeitet. Wir haben, zum Beispiel, mit PAMP-Flyt und Instrumentation von Andress Hauser gearbeitet. Wir kennen diese Firma, aber mit Kremsmüller ist das erste Mal, und das erste Mal, die wir in diesem Projekt gearbeitet haben. Es war eine sehr gute Erfahrung für uns, zu arbeiten. Die Zusammenarbeit zwischen unserer Firma und Kremsmüller, seit der Beginn, seit der Projekte, bis zum Ende der Projekte, war wirklich großartig. Denn die Leute wissen, was sie tun, und sie verstehen, was wir erwartet. und sie sind immer sehr hilfreich. Und die Zeit, die Zeit, die wir in der Vorbereitung hatten, die wir in der Vorbereitung waren, eigentlich. Normalerweise, die Beleidung ist immer, die Beleidung in der Veröffentlichung, während der Beleidung, aber das ist die erste Mal, die Beleidung der Beleidung, die Beleidung der Beleidung. Since the proposal stage we get all information from your team and it was a communication it was good we didn't work before for Kremsmüller this is the first time we are working until now until FAT test it was everything was good of course we will start to commissioning stage and operation stage we don't know what we will have any problem or not we don't know actually but until now we get really good communication hopefully we will have during the commissioning and operation stage also if we have any problem I just I can tell you thank you for everything for your hospitality in factory also we came here with our clients they were also happy if they are happy we are happy of course and thank you for cooperation until now hopefully new and further projects we can again work together it was great actually auch Kremsmüller bedankt sich für die sehr gute Zusammenarbeit und für das positive interview wir wünschen unserem team von den verfahrenstechnischen maschinen weiterhin viel Freude bei spannenden Projekten